Halli, hallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town, meine lieben Raben und liebe Bären. Jetzt geht's los hier, jetzt spielen wir Trouble in Terrorist Town mit den üblichen Verdächtigen. Da haben wir zum Beispiel einmal von links nach rechts, von oben nach unten, von hinten nach vorne den Wollowizard MP, den Mythos of Gaming, den Korne, alle können Sie jetzt gleich nach Hause nehmen. Kommt Sie, seid ihr dabei, spielen Sie mit, gewinnen Sie mit. Der macht das echt gut, ich wünsche dir gerne noch weiterhin zuhören. Der hat seinen Namen nicht erwähnt, das ist nicht gut, das war nicht gut. Was finde ich los, Lorhh. Das sind die Trostpreise. Nur die Trostpreise. Was ist der Arschloch? Das sind die, das sind die Trostpreise. Dann möchte jemand mit mir Monopoly spielen? Tatsächlich Corny, ich würde zu gerne mit dir Monopoly spielen. Keggin! Du hast mich nicht erwähnt! Du musst gut gemacht Keggi! Du hebst dir ja wieder auf eine. Herrieu, hier, nimm den Magneton Stick. Bist du's? versteht das nicht ich wollte dich gerade wenn du keine waffe haben du kannst kommen wir können spielen ja war ja scheiß auf die leute hier monopoli ich kaufte den nordbahnhof ja dann kommen spielen es gibt keinen hauptbahnhof es gibt nord-süd-western okay ja dann kommen ich würde jetzt die teuersten straßen 7 gewürfelt 1 2 3 4 5 6 doch doch klar warte warte karte ziehen jetzt ja mache ich ich muss jetzt mal meine spielfigur dahin hallo der trostpreis sucht euch bämm so ok sorry 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 ist ja gut wir spielen hier unten monopoli das ist let's play together monopoli ja ok dann spielt weiter wir haben in einem schönheitswettbewerb gewonnen erhalte 200 euro wie ich will die karte sehen ich glaubt ihr nicht ach scheiße ich hab die mädchen getroffen ja ich bin das mal weggegangen das war mir ein bisschen zu heiß irgendwie wollo bleibst du mal oben bitte ja ja vor sich wollo ist schon wieder traiter nach was als ob immer kampf in der schwerenlosigkeit das war voll der matrix weiß ich hab nichts dafür getan aber ricky bayern hatten in das sind wir haben von naja wollo im fliegen haben wir uns voll geblattet du hast ne menge über monopoli geredet ja aber sagen wir doch mal ehrlich würde ich ja nicht auch alle gerne mal dass wir alle zusammen monopoli ich würde nein gibt es nicht bei dem tabletop simulator monopoli vielleicht tabletop simulare ja was ist das überhaupt ich höre das überall der tabletop simulatenspiele das kann da kann man nur spielen und karts hier karts against humanity und so ja das soll gerade nur in schön so zu sagen der hype ist berechtigt nur in schön der hype ist real oder risiko risiko ist auch richtig risiko ist super risiko ist richtig geil let's play together risiko oh ich hab sie ok leute ihr habt schon gehört wir haben das angekündigt wir haben jetzt letztendlich risiko 500 folgen mach es nur da ich nehme australien für eine runde 500 folgen für eine runde ne würde ich mir rein würde ich gucken kein scheiß warum hast du ihn getötet ich wäre da hinten wen habe ich getötet du schiffst jetzt irgendjemand schießt ich hab's gesagt ähm der schießen einige ey SJ warum hast du geschossen ich hab nicht geschossen der moggi ist tot Rikki der moggi ist tot Rikki der moggi ist tot ok ok SJ ist safe wieso bin ich safe hast du dich gerade moggi geschossen ne ach so dann bist du safe Rikki was ist da los mit dir Tötet euch einfach alle gegenseit das heißt aber Rikki Tötet euch einfach alle gegenseit ne 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 sorry sorry ich hab so gehört ich weiß nicht ob du also Mavis würde sagen Mavis ist nicht Mavis safe bleib nur noch SJ und Keggy ok Keggy safe ich mach Keggy weg ich mach Keggy weg wer war das der SJ der Typ der ist schon geschossen der ist schon geschossen ich hab von hinten auf ja wieso hast du es gemacht mach den weg was macht den weg was ist das denn für eine Ansage mach den weg ich töte ihn Alter im Ghetto ich bin Mitläufer was ist das denn ich glaube es ist Rikki also ich sag's euch ganz ehrlich ich glaube es ist Rikki jetzt wird hier aufgeräumt warum komm ich jetzt immer bis jetzt wird hier aufgeräumt jetzt wird hier aufgeräumt jetzt wird hier aufgeräumt ach Rikki ja du schon wieder ja ja ich bin Mitläufer ich hatte recht Alter Rikki der Keggy hat gerade angefangen durchzudrehen das hab ich nie mitgekriegt der hat gerade alle gekillt und dann hast du ich hab niemanden gekillt ich bin innocent ok Keggy tut mir leid ich hab niemanden gekillt Matt geht mir auch auf den Sack wenn er die ganze Zeit neben mir steht ich bin ein bisschen tricky ich bin ein bisschen tricky hast du Trigger happy in letzter Zeit bist du richtig Trigger happy ihr seid alle scheiße du stand eine Minute lang da in der Englischmitte Leute abonniert meinen Kanal oder wäre das unglücklich ich kann das nur sagen aber was mir nicht vertraut du blöder Zappzack Keggy darfst du da reinhauen ja dafür darfst du eine reinhauen ok wo bist du ich hasse dich bei dem Laptop wünsche du hättest mich nie geboren Wollo SJ das geht tatsächlich ein bisschen zu weit ich trau dir das würde ich nicht sagen wer vertraut wem ich vertraut dir hey komm her Pilz ich bin hinter dir wo bist du ja wo bist du du bist nicht hinter mir hier bei dem Laptop doch tatsächlich ich wünsch dir in dein Gesicht wenn du so redest bist du es möglich nicht ich mach auch noch eine ist ok ist ok alles klar wenn du es nicht bist komm mit dir klar Riki ja komm mit ok aber ich hätt ganz gerne andere Waffe ok weil die finde ich immer scheiße hier eine rifle bin ich immer gut auch wenn das eigentlich keinen Sinn macht ne es macht keinen Sinn mehr übrigens danke für das Fanart aber es war berechtigt danke für das Fanart bitte Riki kein Ding ey wer war das gerne mehr Fanarts danke oder wer hat geschossen wer hat geschossen niemand hat geschossen ich hab keinen Schuss ja irgendjemand hat geschossen ja irgendjemand hat geschossen da irgendjemand hat geschossen so ne Anti-Gravity Grana äh Dings aber ich weiß Anti-Gravity? 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 mein Freund oi je! Klegi! ich hab nur auf den Boden geschossen Alter aber und naja ne der schießt da dann wundere dich nicht wundere dich nicht wenn man dann auf die schießt ja dürfte immer aus ist so ein bisschen ja aber ich bin so toxic sein so ist jetzt praktisch hier tun okay war warum fragst du das oder sagst du das wo du nicht tot ist keine ahnung weil ich gerade versuche hier hoch zu kommen ganz nicht hier ist nicht tot wo du lebt mit michael jackson auf einer einsamen insel die größer wie das mit den großen persönlichkeiten ja ich weiß es ja da weg zwei leute von zwei leute verloren mit dem newton laut heruntergeschossen war nicht schlecht ich habe deine haben nicht gelesen okay ok wenn ich nicht lott die karotten lott die karotten ja ja auch blitzplatz pinguin das war okay mehr erzähl mir die spielregeln du musst pinguine auf einen eisberg stellen ohne ich finde natürlich es tut mir leid das war mit der endlich die fresse ich habe nur noch drei habe ich bin detective jetzt muss ich mich also selbst verteidigen macht das bin ich will auch ein bisschen ich werde sowas von gleich weggeballert von einem von den beiden oder sind es beide ich will hier nicht so wenig AP laufen sag mal deinen graffiti mann press den an die wand wollo genau ich finde die zweite immer noch nicht hässlich die zweite ist aber echt nicht so die vierte sie hat stürmen also zwei und dann sind die besten ich glaube da sind wir bei der pony diskussion ja da ist das problem dass du sie noch nie in echt gesehen die reife gehabt danach gewechselt dann ich bin extra mit der reife rumgelaufen ich brauche bitte etwas zu machen ich wollte auch noch eine erziehung ich möchte kurz anmerken dass du ein schlechter partner bist danke du zeigst es gar nicht wenn du von hier runter guckst wie sie das aus wie deine mutter im ernst wie sieht das aus ich bin detective vorsichtig freundchen pack mich nicht an wie fandet ihr eigentlich den hulk film ich hab mich schon mal gesehen scheiße was für ein hulk film der film ist so hulk da gibt es ja ganz viele oder es gibt zwei ich weiß aber nicht welchen ihr jetzt meint der mit benner oder der mit ray furigno oder wie der heißt ich meine ich meine ich meine schon wieder die gleiche kacke wer ist da runtergefallen wollo bist du da gestorben ja wollo du warst ja eh detektiv du findest das eh langweilig komm mit das ich bin unbewaffnet ich bin unbewaffnet menschen ricky vertraue ich jetzt ricky soll ich dir helfen konnel wieso schießt du konnel und ricky wir schießen gegenseitig ricky sind wir ricky ist das nein was ja nein wir leben jetzt noch alles ricky verträglich verträglich geh weg ricky wenn du näher kommst du schießt ich sollte auf ricky gehen der ricky hat eine avp der ricky hat eine silence avp ich habe eine reifel da reifel oh alter hier liegt hier liegt wollo der ricky war es und hier liegt es maiv der ist was habt ihr getan jetzt meine wer war das korne lebst du noch jaja sonst hätte ich nicht geredet oder weiß ich nicht kaum bei uns reden immer alle obwohl sie tot sind ja weil ihr alles opfer seid ich kann das spiel opfers opfers wo bist denn du bist du hier in dem aufzug ne ich bin äh unten bei dem truck ähm ja ich schätze mal morgens der zweite traitor ricky war der eine ähm den habe ich getötet hast du noch confirmed ähm die leiche ist runter gefallen ok leiche da läuft der pilz da läuft der pilz wo denn alter was ist das denn für ein gerät was ist das denn für ein gerät das hat irgendein russischen namen und ich wusste nicht dass es auf mich auch schießt ach das war das tourette ding was alter ihr wart beide traitor oder was aber es macht ihr kein damage oh nein ne es macht mir kein damage und das knife ist ja mal super seltsam ich dachte ich one hit der maiv damit ne dann hau ich ein paar mal auf ihn drauf ich schwöre ich glaube nie wieder konne man darf einfach konne nicht glauben einfach konne nicht glauben einfach konne nicht glauben ich hab mir richtig arsch der konne die leiche ist runter gefangen wenn du darauf reinfällst es sind noch drei leute ich muss sagen ich hatte mal ne nette monopoli runde mit konne ja ja richtig ich hatte viele lustige runde mit maiv ähm bolo bist du noch da ja glaube ich schon gleich nicht mehr jetzt wieder maiv hat gesagt er freut sich schon ich glaube es ist das zweite mal wieso schießt du ja weil ricky traiter was für mich ja mach schon nicht check ihn check ihn ich bin kein traiter mach mal ne schnelle runde ok aber traiter konne ist proven konne ist proven ok es war maiv ja aber ich war auch traiter ich kann damit aber auch nicht treff ich hätte ja taktisch spielen können aber ich hatte so ein blutlust 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 nein blutlust komfort ist gestorben lust lust ich musste den mock töten ich finde es doch geil wenn frauen ihre tage haben wow ein richtiger pirat ne womit können wir kurz alle bisherigen gespräche unterbrechen SJ du erzähl doch mal bieten wir SJ die bühne erzähl doch mal los ein kumpel von mir fand das geil ein kumpel von mir fand das geil war klar wie was wenn der rote indianer zu besuch kam nein ich find's nicht wenn der rote indianer zu besuch kam fand das geil oder was ey wenn ich ja ja der wollte immer mal mit ja aber Wollo du weißt du weißt schon wenn man sagt mein freund ne mein freund nein das ist wirklich so ein guter echt ein freund von mir ich hab einen guten freund ja ich hab einen guten freund bevor es weiter geht SJ ist halt so was soll ich denn machen wer ist dann verzieh' dich Wollo ich bin detektiv detektiv ja hab ich gesehen verzieh' dich dreh' dich doch mal um ricky hau mal ab da ricky du siehst du da sind die detektiv gebilden hier verzieh' dich au 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 verzieh' dich kaggy hat geschossen ich bin detektiv ich darf das verzieh' euch da hat jemand ne bombe geworfen da hat jemand ne bombe geworfen da hat jemand ne bombe Wollo was denn war das oh nein Alter nicht schon wieder war der ricky war's der ricky war's der ricky war's der ricky ist es der ist sowas von suspected ich bin es nicht wer ist denn da runtergefallen Wollo alter alter jetzt können wir hier nicht halberprüfen machen Wollo geh und überprüf ich seh' dich gerne an du bist so schön was hast du für ne Waffe ne Reife wieso ne Reife wieso ne Reife wir stehen so ein bisschen rum tanzen du du ach man hat ein paar granaten hat jemand jemand getötet wer war das ja Wollo hat Wollo hat Wollo hat warte hab ich warte ich hab Scheiß hab ich gemacht du hast ihn getötet ne ich hab ihn nicht getötet man ich hab das nicht richtig mitgetreten hä? ich hab auf Wollo dann geschossen aber ich hab ihn leider nicht getroffen ich hab kein getötet hä wieso liegt er dann tot und du bist dann gerade vorbeigelaufen warum hast du ihn dann getötet Wollo ja Wollo Wolle muss es sein wer ist denn da in der Schublade drin na Cornel ist es ey 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 das will Cornel sein ja ist er ja ha 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 es war Cornel du Drecksack der ist in der Schublade Oh Cornel war Traitor Wollo jetzt ich hab's gesagt ich hab du Miststück ist aber auch weißt du woanders lag Cornel hat mich ja auch die ganze Zeit verdächtigt deswegen dachte ich mir so okay der ist kann ja nicht mein Traitor-Kollege sein bei uns oben nichts getan warum wundert mich ja nicht da steht ein Maeve Wollo rennt vorbei Maeve ist aber immer tot Wollo rennt weiter kann passieren ne aber der war so lieb der hat Nothing suspicious so und übrigens Ricky Manja war innocent ich hab ihn jetzt überprüft kann ich so was was ich denke wir kommen jetzt klar zusammen oder? ich sag meistens Wollo Scheiße Boah ganz trocken das war nicht so gut Wollte aber auch wenn wir jemand zu erschießen wegen jeden Ey ich hab da nicht mehr drauf Rikki was soll das auch hab ich gedacht der kann ja gar nicht Oh nein er hat eine Disco-Kombola Nein das war nicht schlimm ich wollte mir einfach nur Respekt verschaffen Du willst mit einer Shot Ja ja entschuldigung Cornel ich hab da nicht mehr drauf geguckt Es ist doch völlig in Ordnung dass du mir dann auch vorwirst das ist doch nicht schlimm Ne das war aber nicht beabsichtigt weil ich dachte mir hä Ich guck da wieder drauf und denk Ronald fällt dir was auf? Ähm du bist doof Der Wollo will jetzt echt dringend mit dir Monopoly spielen Er will sich das jetzt nicht mehr kaputt machen Ja Ja aber weißt du Komm ich spiel jetzt alle mal Was ist eure Lieblingsfigur bei Monopoly? Äh der Schuh Der Schuh Der Burger Der Burger Der Hut Das Auto Meins ist das Flügeleisen Burger Der Finger Der Fingerhut ist voll lame Ich find das Flügeleisen am coolsten Was? SJ 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 Was? Der mir mal vor wie das so ein Flitzer ist Ich wollte nur Hallo sagen Hallo Wenn ich jetzt einen treffe Wenn ich jetzt einen treffe Jetzt ist das wie so ein kleiner schöner Flitzer Ey Es ist doch ein schöner Traitor SJ schießt SJ Wo kommst du denn her? Ey ich hab SJ jetzt Ja warte warte Achso Überprüft ihn doch mal Okay warte 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 Ja Keggy war innocent Ach das war Keggy Wo ist ein SJ Mich hab doch SJ gerade getötet SJ SJ ist Traitor Hä Wollo können wir vertrauen in mir auch Weil ich wurde angeschossen Das heißt es kann nur noch Korne sein Nein Ja dann seid ihr bis Zweide Ja Natürlich Hier lebt noch jemand Mave ist Detektiv Alter Mave ich bin's innocent Mave Traitor Alter Mave ist Traitor Alter ich habe nichts getan Ich bin mir auch nicht sicher Ich bin es nicht Wo ist die Mock? Wollo ich wurde angeschossen Und du hast ihn getötet Also wir beide sind safe Nehm den Mock dann Da 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 Fuck Wer war's denn jetzt Mock und Mock Mock Ihr seid keine richtigen Sherlock's Ey ihr seid noch nicht mal als Watsons Mock warum bist du nicht da bei deiner Maschine geblieben Aber ab und woher kommt der Woher kommt der Wo kamst denn du her Wollo Du stand auf einmal ganz dicht hinter dir Ja ich stand die ganze Zeit hinter dir Komplett richtig dicht hinter dir Und der schießt auf einmal mit Und dann fängt er an zu schießen Aber okay War nicht so gut ja Nee Ich bin die TechDef Ich bin die TechDef Ich bin die TechDef Macht euch weg Macht euch weg Macht euch weg Hä ich bin es nicht Er hat gesagt macht euch weg Ja Hast du keinen eigenen Willen Junge Der ist TechDef Wer ist doch Alter Maeve Connell Ricky war's doch Ich war's Alter Maeve ganz ruhig Nein Ich hab Wollo erschossen Ich hab Wollo erschossen Ihr habt keine Ahnung wie viele noch leben Macht euch weg Aber Ricky war doch trotzdem Traitor oder nicht Nein Ich war kein Traitor Wollo Wollo Achso ich dachte Maeve und Ricky Ich hab Wollo erschossen Weil er Traitor war Wieso hast du deinen Kornel angegriffen Weil der Kornel ist So Ah jetzt macht euch alles Sinn Ah Erschel hat gesagt mach doch weg Schlauer der Kegi Manchmal bin ich echt traurig Und manchmal verzweifelt Ich würd sagen letzte Runde ne Ah Du warst interessant Was War das nicht eh für nichts oder okay Lasst euch doch lieber von dem Traitor cool töten Anstatt irgendwelche Leute random zu killen Ja die war aber kurz die letzte Runde ne Ja ja Komm eine machen wir noch Einer Kornel Ich wollte uns noch mal Traitor gewonnen Gut das haben wir tun Hier ist schon ein Toter Das war heute der Traitor auf jeden Fall Ich war glaub ich dreimal Traitor Okay Ich bin Detective Morg ist tot Ich hab mir seine Leiche gefunden Wenn ich drauf geh ist es Kegi Ich töte mich nicht Ja Kornel Das war das im letzten Bei der letzten Session Dein ganzes Traitor Polizial Das liegt auf jeden Fall Morg Ich war's aber nicht Ich war's nicht mehr überleben ne Wie war's schon tot? Ich war das Ich war das Ich war das Weil ich Bock hatte Was? Oh man Was ist gerade nah keiner an? Ah! Ah! Kegi du! Oh! Scheiße Es war's denn Vielleicht erkennen die Waffen Da hat jemand noch gern gemacht Und zwar Wie hell ist denn dein Bild eingestellt? Ich kann gar nichts erkennen Ja ich hab die Umrisse gesehen Das reicht mir Okay Vollo ist Traitor Ja ich hab Vollo getötet Wir können mich ver... Warte mal Ich kombiniere mal kurz Ich kombiniere mal kurz Ich kombiniere mal kurz Ich hab Vollo getötet Tötet Kornel Schnell Ich bin die Detective Ja du musst jetzt forschen Überleg Kornel hat Vollo getötet Er muss Traitor sein Er muss Traitor sein Er muss Traitor sein Wo bist du denn Kornel? Jetzt musst du deinen Innocent-Kollegen hinablegen Er wollte wieder in der Runde Musst du sagen Tötet Kornel Ja du bist wirklich Detective Kornel, wo bist du denn Kornel, wo bist du denn Wenn du Traitor bist? Komm raus Das ist jetzt eine gute Frage Zeig dein Gesicht Ich bin mal hier Mal dort Zeig dein Gesicht Sei keine Pusse SJ kannst du dir vielleicht Ein Radar kaufen Oder lebst du Das ist nicht mehr so Weil du bist tot Zeig mir dein Gesicht Zeig mir dein Gesicht Zeig mir dein Gesicht Ich dachte er wäre ein Detektiv Und was macht er? Er macht nichts Der ist dumm Zeig mir dein Gesicht Ich hab nicht mehr so viel Leben Ich bin mal hier, mal da Und dann hier Und dann da Ach man Kegi, was machst du denn mit mir? Was denn? Ich hab dich runtergeschubst Ich möchte anmerken Ich dachte es wäre die letzte Runde Deswegen hatten Hescher und ich uns einfach so Genau Das war die letzte Runde Das war die letzte Runde Gute letzte Runde Gut meine lieben Freunde der Sonne Das war's dann für diesen Part Liebe Raben, liebe Bären Wir verabschieden uns Ladies and gentlemen, Madame de Monsieur Freunde der Sonne ne? Praise the sun Ihr alle die viel bessere Detektiv wert als alle anderen hier Danke fürs Zuschauen Die da hinten Abonniert Mesh Abonniert Mesh Abonniert Mesh Abonniert Mesh Abonniert Mesh Und Boah, Mock dein Po so muskulös, ey Nicht vergessen Ne? Weiß Ich bin Traitor Ich mach immer alle weg Ihr werden sie beschicken Ich bin ein Community-Karte Tudelowski